Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu einem neuen Wochenblick. Wir schauen wieder zusammen rein, was jetzt so für die nächste Woche so wichtig sein wird. Also ich habe ja schon ein bisschen vorgeschnuppert, bin ich ja ganz ehrlich. Es ist so, dass die Energien einfach momentan sehr, sehr intensiv sind. Und sie sind vor allen Dingen auch schnell. Weil das heißt, du hast vielleicht ein Thema und dann denkst du, oh mein Gott, Gott sei Dank, ich habe das jetzt bearbeitet, das ist gelöst, alles klar, bumm, kommt zack, kommt schon das Nächste. Also es ist nicht so wirklich eine Atempause da, ja. Aber auch hier im Endeffekt, es dient alles deinem höchsten Wohl. Wir können jetzt nämlich wirklich sehr, sehr schnell transformieren. Und ich sage mal so, die Menschen, die sich dagegen wehren und wirklich noch festhalten wollen oder an diesen gewissen Wunsch festhalten, obwohl es außen schon zeigt und du deine Sachen eben gespiegelt bekommst und du es dir immer noch nicht anschauen möchtest. Diese Menschen, die werden sehr aggressiv werden, die werden so wütend innerlich sein, da schreit das innere Kind, da ist Wut, da ist Trotz. Das heißt, wenn du solche Menschen um dich herum hast, dann kannst du da wirklich nur Liebesenergie reinschicken, Mitgefühl und Liebesenergie für diese Menschen, weil sie sich einfach wehren. Sie wollen sich nicht den Prozess hingeben, ja. Und zum Prozess gehört auch Veränderung und gehört es auch loszulassen. Ja, wir alle dürfen loslassen. Wir dürfen loslassen und vertrauen und darauf vertrauen, dass, ja, die da oben schon wissen, was gut für uns ist, ja. Wenn Menschen rausgehen aus unserem Feld, dass das alles seinen Sinn hat, ja. Vielleicht kommen die Menschen mal wieder, vielleicht auch nicht. Vielleicht kommen dafür vier bessere Menschen, ja. So, ne, also da wirklich in tiefem Vertrauen zu sein, dass alles genau zu seiner Richtigkeit und zu seinem Zeitpunkt auch geschieht, ja. Und das ist auch die Energie, die ich für die nächste Woche wahrnehme. Also wir haben wieder eine sehr schnelle Energie, wie gesagt, es kann hitzig werden, gerade bei Menschen, die ihre Emotionen nicht unter Kontrolle haben, die das falsch ruten, ja. Also, weil es gibt ja immer einen Unterschied, ja. Es gibt die, die halt, ja, in ihrer Opferitis drin sind und dann ist es außen immer schuld oder der Arbeitgeber schuld. Die Kollege, der Kollegin ist schuld, die ist blöd, der ist blöd, der hat das gesagt und die ist gemacht. Das sind immer die anderen schuld, ja. Und die werden sehr aggressiv sein, uh, da staut sich ganz schön was an, also Halleluja. Also jetzt haben wir wirklich auch sehr viel, da ist ganz, das trotzige innere Kind ist da ganz, ganz groß angesagt. Und das heißt, ich bin mir sicher, wenn du hier zuhörst, dass du hier aber zu den anderen gehörst, die eben reflektiert sind. Das heißt, erkenne das und lass dich da nicht drauf ein, also lass dich da auch nicht provozieren von der anderen Seite, sondern schick da wirklich einfach Liebe rein in diese Situation, an diese Person, Mitgefühl mitgeben, weil du ja einfach auch spürst und siehst, ja, dass diese Personen sich einfach, ja, die weigern sich einfach, ne. Die wollen halt nicht, die halten fest an ihrem Konzept, was sie seit fünf Jahren haben oder was weiß ich, ja, was einfach nicht mehr stimmig ist. Es darf einfach rausgehen, es kommt wirklich sehr, sehr, sehr viel Veränderung. Es ist einfach so. Und es geht alles sehr schnell. Wir sind in einem schnellen Zeitalter, ja. Und damit dürfen wir wirklich loslassen und versuchen, diese Welle zu surfen, so wie sie kommt, ja. Und natürlich, es ist auch normal, dass, wenn du hier zuhörst oder wir generell, ich beziehe mich da auch mit ein, dass wir auch mal, wie gesagt, wir sind ja auch Menschen und haben Emotionen. Natürlich fühlen wir uns auch mal auf den Schlips getreten oder sagen, okay, es reicht, es hat ja auch was mit Grenzen setzen zu tun, je nachdem, wie provokant die andere Seite ist, ne. Wenn es halt wirklich unter die Gürtellinie geht oder so, ne, oder zu persönlich wird, dann darf man da natürlich auch mal eine Grenze setzen, ist ja klar, ja. Genau, aber deswegen ist es auch ganz normal, dann auch mal wütend zu sein. Wie gesagt, wir sind ja keine Roboter, wir sind ja Menschen und haben Emotionen. Wichtig ist es aber auch, diese Emotionen durchlaufen zu lassen und dann auch wirklich mal aus dieser Opferitis auszusteigen, ne. Also, wie gesagt, ich kenne mich selber auch, ich bin auch, wie gesagt, auch nur ein Mensch und ich hänge auch mal eine Opferitis fest und denke mir, ja, oh, die äußeren Umstände, ich habe doch gar nichts falsch gemacht oder ich habe doch alles gemacht. Und statt zu gucken, okay, meine Nerven zu regulieren und dann eben zu gucken, okay, was spiegelt mir diese Situation im Außen für Glaubenssätze, ja. Was habe ich mir da selbst kreiert, was wird mir da gezeigt, ja. Weil unser Außen ist ja auch unser Inneres, ja. Das Außen spiegelt nur unser Inneres wieder. Und deswegen ist das so ein super Geschenk da dran. Und ich konnte dadurch, bis ich das verstanden habe, hat es auch ein bisschen gedauert. Aber wenn man das wirklich öfters übt, dann kann man ja recht schnell auch switchen und fängt an, die Situation von oben zu betrachten und kann sich auch ein bisschen besser von seinen Emotionen, ich sage jetzt, ja, Distanz ziehen ist jetzt auch nicht das richtige Wort, sondern es geht ja eher darum, die Emotionen zu regulieren, damit man klar denken kann. Weil durch unsere Emotionen, klar, wir sind Menschen, das macht uns Menschen ja aus, es wäre ja schlimm, wenn wir keine Emotionen hätten. Aber durch unsere Emotionen haben wir auch oft das Gefühl, also durch unsere Emotionen rutschen wir auch mal ganz gerne in diese Opferitis rein und haben dieses Hilflosigkeitsgefühl, aber wir sind nicht hilflos, ja. Diese Situation im Außen, da wir da ausgeliefert sind gegebenenfalls, spiegelt uns unsere Annahmen, Glaubenssätze und Glaubensmuster wieder, die uns blockieren, die uns limitieren, die uns zurückhalten, die uns klein halten. Das wird uns da gezeigt. Das heißt, solche unangenehmen Situationen sind ein absolutes Geschenk. Und das ist wirklich eine Kunst, sich dann eben wirklich versuchen, da raus zu zoomen. Das ist nicht so leicht, das definitiv nicht. Aber umso öfter du das machst, umso leichter wirst und umso schneller kannst du die Situation auch wenden. Also du wirst dann sehen, wie sich Dinge auch für dich ins Gute wenden werden, ja. Wenn du das wirklich verstehst, ja. Und du merkst, ah, okay, das und das ist dahinter, dann merkst du wirklich, es passieren dann Dinge, ja, es passieren einfach Dinge, die dann zu deinen Gunsten auch sind, ja. Weil das Universum quasi, ja, wie soll ich das sagen, oder Gott, die Enge, was das für dich ist, dich dann einfach auch belohnt dafür, dass du eben in die Reflexion gegangen bist. Dass du reflektiert hast, dass du das erkannt hast. Und das Universum belohnt dich dann dafür. Genau, und das ist eben in der nächsten Woche, ne. Wie gesagt, wir haben da eine sehr schnelle Energie. Das kommt ein Thema nach dem anderen. Natürlich kann man es in die Länge ziehen, wenn man sich eben wehrt, sich dieses Thema anzuschauen oder da eben sehr stark festhält. Das geht tatsächlich um Loslassen. Es können aber auch jetzt gar nicht so unbedingt im, es war jetzt vielleicht so ein bisschen, ich sag jetzt mal in Anführungsstrichen negativ angehaucht, gibt es natürlich aber auch positive Energie in der nächsten Woche. Zum Beispiel können da eben auch viele positive, unerwartete Sachen aufploppen. Geschenke, Anerkennungen, je nachdem, was das ist. Also es geht wirklich darum, momentan ist die Energie einfach so, in dem Moment zu leben. Das Hier und Jetzt zu leben. Darum geht es. Im Hier und Jetzt das Glück zu sehen und nicht sich Sorgen machen, Gedanken machen über die Zukunft oder was war in der Vergangenheit, sondern wirklich im Hier und Jetzt zu leben. Darum geht es momentan. Gerade umso schneller die Energie ist, umso mehr geht es darum, im Hier und Jetzt zu leben. Das ist das, was ich dir mitgeben darf, auch für die nächste Woche, sagen sie, eben hier und jetzt leben. Den Moment genießen. Ja. Und versuch diese Welle einfach zu surfen. Also wenn du nämlich den Moment lebst, den Moment genießt und die Welle surfst und wenn da eine Situation kommt, die nicht so schön ist, versuchst dich da, je nachdem, wenn du da emotional angetriggert bist, die Nerven zu regulieren, und dann versuchst du, das von oben zu betrachten, die Situation, das sozusagen zu, ja ich sag jetzt mal, auf so eine analytische Art und Weise, dann wirst du ganz gut durchkommen. Ja, dann kommst du ganz gut durch. Und wenn du um dich herum Menschen hast, die eben damit nicht so gut umgehen können, dann lass dich da nicht provozieren, sondern die sind einfach nur diesen Energien ausgeliefert. Und gerade wenn die Unbewusste, wenn das unbewusste Menschen sind, ist ja klar, dass die da auch Schwierigkeiten mit haben. Das ist ja völlig klar, weil die sich dessen ja gar nicht bewusst sind. Ja, wie gehe ich jetzt damit um? Was passiert hier eigentlich? Wieso passiert das? Das ist ja ganz normal, dass die damit völlig überfordert sind. Ja, genau. Okay. So, ich gucke nochmal, ob jetzt noch was reinkommt für die nächste Woche. Nein, da kommt nichts mehr rein. Okay. Gut, da haben wir dann nichts mehr für die nächste Woche. Und übrigens das mit diesen Nerven regulieren und wie gehe ich dann Emotionen damit um etc., das ist alles auch in meinem Magnetic Manifestation Kurs drin. Das heißt, wenn dich das interessiert, dann kannst du da gerne mal vorbeischauen. Das ist ein Videokurs, da gibt es drei Module. Liebe Partnerschaft, Geld, Finanzen, Job und Körper, Aussehen, Gesundheit. Und wie du dir das manifestierst, wie man da in Beträger im Außen umgeht, wie man die Nerven reguliert, all solche Sachen. Du kriegst eine Guideline wirklich für jedes Thema ran. Und zusätzlich gibt es halt noch die Telegram-Support-Gruppe, die wirklich richtig, richtig schön ist. Das macht richtig Spaß mit den Mädels da in der Gruppe. Da ist so ein schöner Austausch. Und da bin ich wirklich sehr, sehr froh drüber, weil ich wollte genau sowas eben erschaffen. So einen sehr sicheren Hafen, wo man einfach hingehen kann, in dem Sinne virtuell hingehen kann, wo man seine Sorgen reinschreiben kann. Und man wird einfach aufgefangen. Und das ist einfach schön, weil gerade in diesem Prozess ist man oft eben doch alleine im Umfeld und hat nicht so viele Menschen, die auch reflektieren, die manifestieren oder die erkennen, dass sie die Creator ihres Lebens sind. Das gibt es halt leider oft nicht so viel. Wie oft ist man da eben einfach alleine? Also es gibt schon viele Menschen auf der Welt, die so sind, aber oft sind diese eben recht alleine. Und dann ist es doch einfach schön, wenn man denn sowas erschaffen kann. Und mir hat das auch sehr geholfen auf meinen Prozess. Ich war da immer sehr dankbar für, für diese Austauschmöglichkeit. Und deswegen wollte ich jetzt selbst auch, also es war immer mein Traum, sowas auch selbst zu erschaffen, so einen Platz. Und genau, der gehört halt auch mit zur Telegram-Gruppe hinzu. Aber ist, wie gesagt, freiwillig. Da musst du natürlich nicht dran teilnehmen. Du kannst auch nur das Kursmaterial mitnehmen, wie du möchtest. Genau, aber da ist jedenfalls, bist du für diese Zeit genau gewappnet, wenn du diesen Kurs machst. Definitiv. Und genau, du kannst gerne mal abchecken auf meiner Webseite, www.sehentalk.de ist auch verlinkt unter dem Video, wenn du auf mehr Ansehen klickst. Und dann wünsche ich dir noch einen schönen Tag und dann bis zum nächsten Mal.